Hallo zusammen und herzlich willkommen bei SchachmatTV. Ich freue mich total, eine neue Serie vorzustellen, nämlich Lernt aus meinen Fehlern. Hier geht es darum, dass ich Partien zeige, die ich live over the board gespielt habe und die ich für besonders wichtig halte. Teils habe ich die gewonnen, teils habe ich die verloren, die heutige Partie habe ich verloren. Und ich weiß eben, weil die meistens so um die fünf Stunden gedauert haben, genau was passiert ist. Also ich habe noch meine Gedanken im Kopf, ich habe die auch analysiert, habe dazu Kommentare, weiß genau, was ich also für geistige Blockaden hatte und möchte euch erklären, wie ich versuche, mich dann zu verbessern. Und natürlich sind es auch immer ganze Partien, das heißt, ich zeige die komplette Partie. Wir machen ganz normale Öffnungstraining, Mittelspiel, Endspiel, vor allen Dingen auch, wie geht es von der Öffnung ins Mittelspiel, was gibt es für Pläne. Und eben, es gibt bestimmte Schlüsselfehler, die ich gemacht habe und ich möchte die eben mit euch zusammen aufarbeiten und, genau, halte es für extrem sinnvoll. Ich hoffe übrigens, der Ton passt jetzt. Ich habe den lauter gestellt, kam ein paar Mal zu dem letzten Video, ein Kommentar und ich stimme dir auch komplett zu. Ihr seid eine Hammer-Community. Danke für die vielen guten Tipps. Ich möchte alles umsetzen mit der Qualität, das haben wir hinbekommen und mit dem Ton auch. Also, das System muss perfektioniert werden, ist ja noch alles am Anfang und ich hoffe, ihr habt da Verständnis, aber ich denke mal, das wird alles. So, noch kurz am Mittwoch ist ein Turnier online auf Leaches. Spielt ihr bitte für mein Team? Es sind ganz viele andere YouTuber dabei, also vier, auch nicht so viele, aber große, also zum Beispiel Schachpanda oder die Schachstrategen und es sind noch zwei andere Teams, zum Beispiel noch die Wilden Ahle und Raphael Kloth, ich lerne Schach. Genau. Also, kommt auf jeden Fall ins Team, kommt auch auf Discord. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, liked das Video und gebt dem Kanal einen Daumen hoch. So, wir starten jetzt. Diese Partie kurz davor, also ich war weiß, auf einem Turnier, wo ungefähr, es war September 2021, war ein wichtiges Turnier, weil ich war ziemlich weit vorne gesetzt und es ging irgendwie 500, 600 Euro, also ich wollte da auch gewinnen. Kurzer Spoiler, ich habe gar nichts bekommen am Ende. Es waren nur fünf Runden, die ersten drei habe ich gewonnen. Heißt, ich spiele am Brett 1 gegen den Erstgesetzten. Ich war Zweit- oder Drittgesetzter, der Erstgesetzte hatte aber irgendwie fast gleich viel Elo wie ich. Wir hatten beide knapp über 2200 und wir schauen uns die Partie jetzt mal an. E4, D6, ich hatte mich ganz gut vorbereitet und gesehen, dass er manchmal solche schwachsinnigen Eröffnungen spielt. Also, er ist ein erfahrener Spieler, aber spielt eben komische Eröffnungen. Die hier ist völlig in Ordnung. Wir können mal kurz drauf schauen. Dann, Perk, ich spiele hier sehr gern den Drei-Bauern-Attack oder Austrian-Attack genannt mit F4. Halte ich für extrem unangenehm für schwarz, also ist auch eine allgemein anerkannte Meinung. Vorsichtig, ich verstelle das Mikro, sorry. Genau, ist eine sehr, sehr unangenehme Eröffnung, weil ich mir eben direkt das fette Zentrum hole. Kann ich euch auch nur empfehlen, der Springer geht hier hin, man hat diesen Zug Zeit. Natürlich ist diese Diagonale langfristig ein bisschen geschwächt, aber dafür hat man dieses fette Zentrum. E5, das ist eben eine besondere Variante. Darauf einfach ganz normal entwickeln, finde ich gut. Und hier ist eben mit Riesenabstand der Hauptzug E schlägt D4. Dann zum Beispiel Damen schlägt D4, würde ich hier auf jeden Fall spielen. Die meisten spielen C6, wollen direkt D5 spielen, Läufer raus, so spiele ich es. Es gibt auch andere Varianten, aber ich finde hier die Stellung nach D5 mit langer Rochade ziemlich angenehm. Und genau. Also kurzer Spoiler, hier auf C5 kann man keine Figur gewinnen, weil hier hat man viel zu viel Kompensation. Ich hatte das mal in langen Zeit, diese Stellung hier ist komplett gewonnen für Weiß. Man hat zwar zwei Bauern nur für eine Figur, aber nach E5 schiebt man den Gegner hier komplett zusammen. Aber das ist nicht Thema der heutigen Stunde. Der Gegner hat nämlich in dieser Stellung diesen Bauern genommen. Und das ist eigentlich ziemlich schlecht. Hat mir ziemlich geholfen, weil ich spiele Läufer schlägt F4 und die Engine sagt schon plus 1,6. Also man hat hier einen guten Vorteil. Ist ja auch logisch. Also man hat ein schönes Zentrum, aktive Figuren und der Gegner kriegt diesen Läufer nicht so richtig raus. Springer B6. Er zieht jetzt nochmal zum zweiten Mal den Springer. Ich weiß, macht dem Läufer natürlich Platz. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, ganz schnell den König in Sicherheit zu bringen. Und ich spiele Läufer D3. Gutes Feld für den Läufer. Nach C4 kann er jetzt ja nicht mehr. Das wäre wahrscheinlich sein Traumfeld. Aber hier Läufer G4. Dame E2. Hätte man auch direkt hier H3 spielen können, um den Läufer zu fragen, was willst du hier? Willst du dich tauschen? Dann tausche ich hier. Das Läuferpaar gewonnen. Immer noch das schöne Zentrum. Und wenn er zurückgeht, dann ist es okay. Dann würde ich jetzt auch hier noch nicht G4 spielen, wobei die Engine das auch mag. Sondern man kann irgendwas anderes machen. Aber der Vorteil davon, so einen Zug einzuschieben, ist, dass man den Läufer sozusagen zu einer Entscheidung gebracht hat. Willst du jetzt auf dieser Diagonale bleiben? Oder hierhin? Weil von hier kommt er nicht mehr gut zurück auf diese Diagonale. Deswegen ist H3 oft ein guter Zug. Falls ihr diese Verbindung noch nicht hattet. Also bei mir hat es gedauert, bis das kam. Dann, dass man eigentlich den Läufer nur, man will ihn sozusagen dazu bringen, dass er sicher nicht mehr hierhin zurückkommt. Vielleicht habt ihr es auch schon gewusst. Dann, ja. Läufer 4. Ich habe hier Dame E2 gespielt, einfach mit, weil ich mir offen lassen wollte, ob ich hier kurz oder lang ruchiere. Und die steht hier auf E2 auch recht schön. Schaut mal Richtung König. Und Springer H5. Ja, das ist zwar schon wieder mit derselben Figur gezogen, aber der Zug ist in Ordnung. Befragt eben den Läufer, kommt a Tempo. Ich bin jetzt hier einfach zurück. Schön alles stabil halten. Ganz wichtige Regel jetzt, wenn ihr so ein Vollzentrum habt. So nennt man das. Diese zwei Bauern. Also wenn der Gegner keinen im Zentrum hat und nur man selbst beide Bauern, ist es das Vollzentrum. Und damit sollte man sehr, sehr lang warten, bis man einen dieser Bauern spielt. Weil dann entstehen auf jeweils dem anderen Feld Schwächen hier. Und am besten einfach im Notfall zurückstellen die Läufer. Man hat hier automatisch einen Vorteil. Also die Engine sagt plus 1,8. Also man steht hier besser, weil man eben dieses gute Zentrum hat. Und natürlich ist man auch besser entwickelt in der Stellung. Das kommt noch dazu. Aber nichts überstürzen. Genau. Damit D7. Genau. Tut so, als ob Schwarz lang rochieren will. Und ist wahrscheinlich auch eine interessante Idee, hier lang zu rochieren. Weil kurz rochieren, langfristig schauen da schon die Figuren hin. Bald nach der kurzen rochade auch der Turm. Und deshalb habe ich jetzt abgewartet und mich noch nicht entschieden, in welche Richtung ich hochiere. Sondern auch von der Engine favorisiert. A4. Das ist ein sehr interessanter Zug. Und der ist schon auch fortgeschritten. Also ich war bis zu einem Teil sehr stolz auf diese Partie. Mit A4 verderbe ich ihm so ein bisschen die Lust auf die lange rochade. Das will er jetzt sicherlich nicht mehr machen. Plus 7. Beispiel A5. Der Springer hat nur noch A8. Und Spiel A6. Und so schnell bin ich dann fortgeschritten. Zum Beispiel B6. Und hier gibt es viele gute Züge. Zum Beispiel hier. Und ihr seht, die weißen Felder sind super schwach. Wenn ihr da mir jetzt zieht, könnte man zum Beispiel hier reinkommen. Also. Es macht selten Sinn, in die Richtung von so einem A4-Zug zu rochieren. Aber auch wenn er jetzt ganz normal weiterentwickelt, spiele ich einfach A5. Und jetzt habe ich extrem Raum gewonnen. Der Springer musste kommen so richtig weit zurück. Deswegen gibt es nach A4 einen prinzipiellen Zug. Topmove A5. Topmove heißt bester Zug. A5 musste man eigentlich spielen. Aber eigentlich gefällt mir dieser Einschub. Weil jetzt kriege ich das Feld B5 besser. Weil der Bauer nicht mehr drauf kommt. Und ja, ich habe ein bisschen Raum gewonnen. Er natürlich hier auch. Okay. Achso, aber er hat, sorry. Er hat hier A6 gespielt. Das habe ich mich gerade mit den Varianten vertan. Also es ist ja auch schon ein bisschen her. Aber A5 wäre der beste Zug gewesen. Auch eine gute Erklärung. Aber was ich gerade gesagt habe. Aber A6 hat er gespielt. Und ich mal kurz als Vergleich. A5 ist die Stellung laut Engine plus 3. Und nach A6 plus 5 für mich. Also ich habe einen ganzen Turm mehr. Das ist schon krass. Aber natürlich nur beim besten Spiel. Ich habe hier jetzt selbst A5 gespielt. Das war ein sehr guter Zug. Habe Raum gewonnen. Jetzt muss der Springer tatsächlich hierhin zurück. Und Rochade. Und jetzt haltet mal kurz inne. Also, sorry. Rochade. Springer C8. Ich habe rochiert. Und jetzt haltet mal kurz inne. Schaut euch mal diese Stellung an. Ich bin fertig entwickelt. Habe rochiert. Habe ein Vollzentrum. Aktivere Figuren. Und was hat mein Gegner? Naja, weniger Raum. Eine Fesselung hatte. Das kann man sagen. Aber noch keine Rochade. Und noch lange nicht alle Figuren entwickelt. Deswegen sagt auch die Engine, ich stehe hier so gut. Läufer E7. So ging es weiter. Dame F2. Wieder sehr guter Zug. Die Dame befreit sich aus der Fesselung. Schaut mal hierhin. Oder bereitet auch vor. Weil irgendwann nach G3 zu gehen. Wenn der Springer vielleicht mal weg ist. Ich deck zusätzlich noch meinen Bauern. Und ihr müsst mal schauen. Ich habe jetzt meine zentralen Bauern. Der hier ist zweimal gedeckt. Und der hier ist zweimal gedeckt. Also da passiert auch nichts. Ich kann nach einem Angriff die auch locker so stehen lassen. Also D5 zum Beispiel. Aber funktioniert ja nicht. Der hängt einfach. Aber im Prinzip ist hier alles jetzt super sicher. Rochade. Und H3. Wieder der beste Zug. Es ist nämlich so. Der Läufer. Wenn er hierhin geht, ist er gefangen. Muss ich jetzt tauschen. Und ihr könnt jetzt argumentieren. Du willst doch eigentlich gar keine Figuren tauschen. Du hast mehr Raum. Und ich würde sagen, sehr gut. Das ist genau der richtige Gedanke. Aber speziell hier und auch meistens so, nimmt man das Läuferpaar trotzdem immer gerne. Aber die Stellung ist erstens jetzt schon offen. Und zweitens wird sie mal geöffnet. Weil irgendwann ziehen die Bauern. Und dann ist das Läuferpaar extrem stark in so einer Stellung. Und deswegen war das hier auch der beste Zug, sich das Läuferpaar zu holen. G6. Ja. Der Springer hat ja irgendwie keine tollen Felder. Wenn er hierhin zieht, noch schlechter. Schon plus 9. Dann spiele ich einfach E5. Und naja. Der Springer muss zurück. Also wenn er hierhin zurückgeht. Und jetzt schaut mal hier. Hat der Turm noch ein Feld? Nein. Kann er irgendwie gedeckt werden? Nein. Der Turm ist weg. Also er verliert hier schon ordentlich Material. Und das ist hier auch ein wichtiges Motiv. Das mir später auch den Kragen gekostet hat. Das hört sich krass an. Aber werdet ihr gleich noch sehen. G6. Also es kommt hier noch eine sehr wichtige Pointe. Also ich möchte euch bloß die Partie mal im Ganzen zeigen. Weil sie auch von mir wirklich gut gespielt war. Gegen so eine unorthodoxe Spielweise von meinem Gegner. Der hat ja wirklich sich nicht an die großen Regeln gehalten. Und es hat trotzdem über 2200 Elo. Also es sind solche Trickspiele. Er kann wahrscheinlich nicht so gut eröffnen. Aber hat sich dann, also als ich dann Schwäche gezeigt habe, hat er mich dann überspielt. Er hat mich dann überrollt. G6 deckt den Springer. Das ist auch der beste Zug. Läufer H6. Wieder ein super Zug. Mit Tempo, Figur verbessert. Der Bauer ist zwar jetzt nicht mehr gedeckt. Aber der Turm kann auch nicht ziehen. Weil dann hängt hier F7. Das heißt, der Springer muss dazwischen. So kam es auch. Und ich spiele Läufer C4. Wieder der beste Zug. Macht jetzt Druck hier drauf. Alle Figuren werden maximal aktiviert. Und das droht immer was Neues. Jetzt drohe ich wieder hier auf F7 zu nehmen. Bleibt ihm nur Läufer D8. Und jetzt halten wir inne. Jetzt habe ich nämlich den besten Punkt meiner Partie erreicht. Und ab jetzt geht es bergab. Erstmal wollte ich nochmal sagen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und like den Kanal. Sorry, dass ich das so einfach einwerfe. Aber muss ich machen, um zu wachsen. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ich hoffe, ihr unterstützt das auch. Wenn ihr hier den Inhalt, wenn der euch gut gefällt, dann macht das bitte wirklich. Weil ich mache das hier für nichts. Und zwar sehr gerne. Und dadurch, dass ihr mich unterstützt, kann der Kanal wachsen. Und dann kann ich auch mal irgendwann ein bisschen was dafür kriegen. Genau, deswegen wäre das richtig cool. So, jetzt zum eigentlichen Punkt. Was ist hier los? Die Stellung ist komplett gewonnen. Die Engine sagt plus 6,4. Warum ist sie gewonnen? Mein Gegner kann nichts machen. Der Springer kann nicht ziehen. Der Turm kann nicht ziehen. Die Dame kann nicht wirklich ziehen. Die Läufer kann hier nicht ziehen. Der Springer kann nicht ziehen. Immer hängt F7. Und der hier hat eigentlich auch kein Feld. Vielleicht hierhin. Aber okay. Was könnte man in dieser Stellung machen? Man könnte als Weißer, sollte man in so einer Stellung, wenn der Gegner eigentlich nichts machen kann, sollte man die Stellung eigentlich im Grundlegenden erstmal nicht so viel verändern. Man sollte erstmal alle Figuren maximal gut stellen. Also überlegt mal. Was könnte man machen? Okay. Pausiert einfach das Video. Überlegt euch mal, was ihr hier ziehen würdet. Die Engine empfiehlt hier drei Züge. Nämlich Springer D5 als besten Zug. Läufer B3. Oder Turm F2. Und ihr merkt, all diese Züge ändern den Charakter der Stellung nicht sonderlich. Sie verstärken einfach. Turm F2 bereitet zum Beispiel hier die Verdoppelung vor. Sehr schöne Idee. Super simpel. Läufer B3. Stellt den Läufer einfach mal hier hin. Merkt ihr gleich im weiteren Verlauf. Hätte in der Stellung was gebracht. Und Springer D5 ist der beste Zug. Ist auch der direkteste. Macht eben, bringt nochmal eine weitere Figur in den Angriff. Irgendwann hier Springer F6 wäre schon tödlich, wenn man jetzt am Zug, wenn Springer F6 spielt. Wegen einer Gabel. Der Läufer muss schlagen. Dann ist die Dame hier. Droht matt. Und der Springer muss im Prinzip ziehen. Also, okay. Wir machen einfach mal das hier, damit ihr das auch seht. Zum Beispiel schwarz macht gar nichts. Man spielt Springer F6. Schach, die Gabel. Der Läufer muss nehmen. Die Dame schlägt. Droht matt. Das heißt, der Springer muss irgendwie ziehen. Greift wahrscheinlich die Dame an. Wenn er hierhin zieht, nimmt man ihn raus. Und es ist matt im nächsten Zug. Auf Bauer schlägt hier. Auf Dame schlägt hier. Das heißt, der Springer wird die Dame angreifen. H5 ist dasselbe. Und jetzt zieht man einfach die Dame. Und der Turm ist weg. Und wenn die Springer auf H5 angreift, zieht man zum Beispiel die Dame nach G5. Und der Turm kann immer noch nicht ziehen. Wegen zum Beispiel Turm oder Läufer schlägt F7 aus. Also ihr merkt, die Stellung ist kaputt. Also nach Springer D5 kann man das auch tatsächlich nicht mehr verhindern. Die Engine sagt hier C6. Also einfach diese Qualität opfern. Und plus 6,6. So leicht wäre diese Stellung gewonnen gewesen. Das heißt, wenn man sich einfach bei natürlichen Zügen bleibt, dann wäre es ein easy Sieg gewesen. Und hätte mir erstens wahrscheinlich Preisgeld gebracht. Und DWZ und Elo. Und natürlich nicht. Keine schlechte Laune. Ich habe in dieser Stellung, könnt ihr euch jetzt vielleicht denken, habe den Grundtyp dieser Stellung komplett verändert. Obwohl, das ist okay, wenn man alle Figuren verbessert hat. Ich habe nicht einen Bauernzug gemacht. Und wie wir wissen, Bauernzüge extrem gefährlich, weil man kann sie nicht mehr zurücknehmen. Und es entstehen oft Löcher. Ich habe hier E5 gespielt. Einen grauenhaften Zug. Ich stehe danach immer noch deutlich besser. Aber es wird schon sehr schwer. Man muss jetzt die besten Züge finden. E5. Und ich habe einfach, als ich den gespielt habe, ist es mir sofort aufgefallen. Ich muss auch nochmal ehrlich dazu sagen, ich habe die ganze Partie sehr langsam und sicher gespielt. Aber E5 habe ich sehr schnell gespielt. Ich dachte mir, jetzt stehe ich perfekt und spiele hier E5. Und das wird schon gut hinhauen, weil der Springer kommt hier oder da. Ich kriege das Feld F6 sicher. Aber mein Gegner überlegt lange und nimmt. Und jetzt ist mir klar geworden, ich habe echt ein Problem. Die Dame kommt hier auf D4 Schach. Und jetzt habe ich so lange runterlaufen lassen, bis ich in tiefste Zeitnot gekommen bin. Und habe mich dann für nicht den besten Zug entschieden. Also der ist okay. Aber besser wäre dieser hier gewesen. Dann hätte man zwei Bauern weniger. Also wir sehen gleich, was passiert, wenn man nimmt. Aber hier würde ich sagen, zwei Bauern opfern. Habe aber diese Linie wieder geschlossen. Keine Gefahr. Spielspringer E4 steht plus 4. Weil davor stand ich plus 6. Jetzt habe ich wieder dieselbe Stellung. Fast dieselbe Stellung. Weil hier gibt es keine Aktivität für den Gegner. Mit zwei Bauern weniger. 6 minus 2 ist 4. So erkläre ich mir das zum Beispiel. Und stehe immer noch sehr gut, weil die Kompensation hier ist einfach viel zu groß. Also Kompensation nennt man das, was man für den Bauern oder die Bauern hat. Oder für den Opfer einfach. So, ich habe hier aber jetzt zurückgenommen und dachte, ich spiele auf Dame E4, so wie es kam. König H1 schlägt. Also so kam die Partie. Der nimmt den Läufer. Und ich schlage hier. Und kriege jetzt meine Figur zurück. Weil der Turm sangen griffen, der Springer. Man kann nicht beides decken. Der Springer kann den Turm auch nicht decken. Das heißt, ich kriege jetzt Material zurück. Für eure Informationen, die Stellung ist schlechter für mich. Minus 0,8. Schwarz steht deutlich besser. Was hier gerettet hätte, hatte ich aber nicht gefunden. Bei Läufer E3. Und jetzt einfach das Ganze. Weil am Ende, hier auf Läufer 6, kriegt der Läufer erstens Probleme. Und so ist alles ein bisschen sicherer. Es gibt auch niemals Turm A7, was auch in der Partie kam. Jetzt gewinnt man halt einen ganzen Turm. Weil der Turm kann nicht gedeckt werden. Und hier nimmt man ihn einfach raus. Also man gewinnt mehr Material. Und die Stellung ist immer noch gewonnen. Also das war, ich muss sagen, war wahrscheinlich auch psychologisch. Man muss es im Schach auch so sehen, wenn man die ganze Zeit besser steht und auf einmal einen fetten Fehler macht und einem das auffällt, dann verliert man ein bisschen die Lust und denkt sich jetzt ist auch schon egal und ich verliere die Partie. Aber nein, ich stand ja noch besser. Ihr müsst dann versuchen, objektiv zu bleiben. Und ihr seht, das gelingt mir ja auch nicht. Also nicht immer, aber ich versuche mir das auf jeden Fall immer in den Sinn zu rufen. Und das ist auch ein Vorzeigebeispiel. Also es ist nicht immer so schlimm. Also hier ist Schach. Ich bin zur Seite gegangen, geschlagen. Jetzt habe ich erst zwischengeschlagen. Genau, das war wichtig eigentlich. Weil wenn ich jetzt direkt hier schlage, spielt der Turm A7. Ich schlage zum Beispiel hier. Und nach Läufer G5 hängt auch noch dieser Läufer. Also wegen der Taktik. Deswegen habe ich hier in der Stellung zwischengeschlagen. König schlägt. Dame B7. Jetzt kriege ich mein Material wieder zurück. Turm A7. Wäre nicht gegangen, wenn der Läufer hier noch stünde. Und Dame schlägt C8. Und wir schauen mal rein in die Stellung. Materiell liege ich einem Bauern vorne. Stehe nach C6, aber schlechter. Warum? Naja, meine Dame hat keine wirklich schönen Felder. Die ist hinten ein bisschen gefangen. Wenn ich versuche, die hier irgendwie so rauszubringen, dann zum Beispiel nehmen, nehmen und Turm A8. Und jetzt habe ich eine schlechtere Struktur. Ich verliere auf jeden Fall mindestens einen Bauer. Der Gegner hat einen Läufer. Engine Mind Minus 1. Also schon deutlich besser. Und ich will nicht Damen tauschen. Also ich habe ja auch noch vom Sieg geträumt. Und habe hier Dame B8 gespielt. Um wenigstens hier irgendwie rauszukommen. Turm D7. Jetzt auf einmal hat der Gegner wirklich exzellent gespielt. Der aktiviert jetzt seine Figuren hier. Und macht mir Riesenprobleme. Und jetzt kommt das eine zum anderen. Also wir haben jetzt schon den Fehler durchgekaut. Aber die Partie wird trotzdem noch interessant. Es ist nämlich so, jetzt fehlt die Dame einfach. Ich spiele mit einer Dame weniger. Möchte hier diesen Turm abtauschen. Viel besser wäre gewesen, Turm Fe1. Und zum Beispiel, nachdem der Turm hier hingeht, mit E6 zu spielen. Also selbst noch hier mit der Dame aktiv Gegenspiel zu suchen. Und das ist jetzt nicht so interessant, das zu analysieren. Aber es würde einfach nicht so viel bringen, das jetzt zu analysieren. Es ging hier nur darum, dass man hier noch besser hätte verteidigen können. Ich habe aber jetzt wieder einen Fehler gemacht. Also sobald der erste Fehler gemacht wird, ist es oft so, dass man in eine Abwärtsspirale kommt. Kennt ihr wahrscheinlich aus euren Partien. Hier läuft F7 ist nämlich das Problem. Meine Dame muss zurück. Man muss auch jetzt fairerweise dazu sagen, ich war andauernd in Zeitnot. Muss jetzt aber irgendwie Damen tauschen. Also die Damen tausch anbieten. Hat der Gegner aber nicht gemacht. Dame C5 ist deutlich stärker. Und jetzt schaut mal, wie schlimm die Stellung ist. Die Engine findet hier mit Dame A4, wie ich auch noch, dass die Stellung noch nicht ganz verloren ist, sondern nur sehr schlecht. Aber es droht matt. Und Dame D4 war die Idee. Ich muss jetzt halt Damen abtauschen. Aber Turm E8, sorry. Der Gegner ist einfach viel aktiver. Hier wäre das Schlagen und Turm E8 stärker gewesen. Ist einfach besser. Der Gegner droht matt. Und wie verhindere ich das denn? Nur indem ich hier diesen Spiel, um dazwischen zu gehen, aber jetzt nach Turm B8, habe ich Riesenprobleme. Muss irgendwie mich sehr schlecht stellen. Solche Züge bringen sehr selten was. Gibt nur eine Schwäche. Der Bauer ist auf dem schwarzen Feld. Der Läufer ist schwarzfeldrig von meinem Gegner. Wie decke ich den noch? Springe A2. Und einfach Stellung öffnen mit C5. Und ich kann nicht nehmen. Wegen dem hier. Genau, also das ist nur eine Beispielvariante. Aber Dame D4, habe ich hier gespielt. Turm E8 kam. König G1. Und das war jetzt der letzte Einsteller. Wenn ich hier geschlagen hätte, Turm schlägt und B4, dann kann mein Gegner hier, sorry, dann kann mein Gegner jetzt hier nicht dahin gehen. Konnte er von dieser Linie schon. Und die Engine sagt, es gibt gute Remischancen hier. Aber habe ich nicht gesehen. Ich habe gedacht, König G1. Okay, cool, ich entwickle hier meine Figuren. Aber eben das ist das Problem. Schach, König F2 und Turm C1. Und ich kann aufgeben, weil man kann das alles hier gar nicht mehr richtig verteidigen. Weil der Bauer hängt, der Bauer hängt. Ich habe gleich einen Bauern weniger und mein Gegner hat bessere Figuren. Ich habe hier jetzt Turm C4 gespielt. Das war dann ganz schlecht. Schach hier geschlagen. Ich habe auch nochmal geschlagen. Aber jetzt seht ihr schon, ich habe zwei Bauern weniger und schlechte Figuren. Und das ist einfach alles in sich zusammengekracht. Also lohnt sich jetzt hier nicht mehr wirklich das zu analysieren. Ich habe hier noch tapfer weitergekämpft. Aber, also, mal kurz durchlaufen lassen, ob noch etwas Spannendes war. Aber der Gegner ist ja einfach viel besser mit seinem Turm und dem Läufer. Mein König ist fernab von Schuss. Der würde gerne helfen. Kann aber nicht. Und ich verliere einen nach dem anderen und die Stellung ist verloren. Da gab es auch nichts mehr. Also, ich habe hier versucht zu tricksen, aber war nichts drin. Nochmal kurz zusammengefasst. Was hier besonders wichtig ist, ist, dass ihr euch merkt, wenn man so besser steht, dann übereilt es nicht. So eine Stellung, wenn man mit jedem Zug eine Figur aktiviert, kann der Gegner auch nicht machen, als eine Figur zur Verteidigung hinzuzufügen. Also, und zweitens, Bauernzüge können oft tödlich sein. Also, die Stellung zu öffnen, wenn der Gegner eigentlich keine Chance hat, er hat hier nämlich weniger Raum, er kommt gar nicht durch. Und dadurch, dass ich die Stellung geöffnet habe, wird er auf einmal extrem aktiv. Also, das sind so hier die Kernnachrichten. Und vor allen Dingen auch, also aus eigener Erfahrung, wenn ihr merkt, ihr habt einen schlimmen Fehler gemacht und auf meinem Niveau hier war das ein schlimmer Fehler, dann lasst euch nicht entmutigen, dann kämpft weiter. Es sind genau die gleichen Bedingungen wie vorher. Ja, also ich hoffe wirklich, dass ihr das umsetzt. Ich hoffe natürlich das Beste für euch. Ihr seid meine Schüler und ich freue mich total, dass ihr hier seid. Ich hoffe, der Kanal bringt euch auch ordentlich was. Liked das Video, folgt dem Kanal, teilt alles. Kommt ins Leaches Team auf Discord und ja, macht euch einen schönen Tag. Und denkt daran, Mittwoch ist Turnier. Ciao. 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 Vielen Dank.